Novena zur heiligen Ritter, dritter Tag, zu Ehren der Wunde der rechten Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand, im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes, im Namen des Vaters und des Sohnes und des heiligen Geistes, Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens, Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Ergeblich suche ich einen Ort, wo ich mich ausruhen kann. Ich finde keinen. Doch du, heilige Rita, kannst meinen Weg wieder erhellen und mir Hoffnung geben. Dir vertraue ich, von dir erwarte ich Erhörung in meiner Not. Bitte du für mich, beim gekreuzigten Jesus, denn auch du hast schwere Prüfungen durchgemacht. Im Gehorsam hast du einen tyrannischen Mann geheiratet, ihn zärtlich geliebt und seinen tragischen Tod beweint. Du hast Gott gebeten, deine Söhne lieber zu sich zu nehmen, als sie schwer sündigen zu lassen. Bitte für mich, damit ich die ersehnte Erhörung finde. Vaterunser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesklamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, Jesus, der uns Hilfe durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus, der uns durch die Fürbitte der heiligen Rita Hilfe in aussichtslosen Situationen schenkt. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Witternei zur heiligen Rita. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, höre uns. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Christus, erhöre uns. Gott, Vater vom Himmel Erbarme dich, unser Und Sohn, Erlöser der Welt Erbarme dich, unser Gott, Heiliger Geist Erbarme dich, unser Heilige Dreifaltigkeit, ein einiger Gott Erbarme dich, unser Maria, Mutter Gottes Bitte für uns Maria, du Mutter der Bedrängten Bitte für uns Maria, du Königin der Engel Bitte für uns Maria, Königin aller Heiligen Bitte für uns Heilige Rita, unsere mächtige Fürsprecherin Bitte für uns Heilige Rita, Geschenk des Himmels Bitte für uns Heilige Rita, Liebhaberin der Einsamkeit Bitte für uns Heilige Rita, ein Beispiel für Güte Bitte für uns Heilige Rita, treu im Gehorsam Bitte für uns Heilige Rita, vorbildliche Frau und Mutter Bitte für uns Heilige Rita, vorbildliche Frau und Mutter Heilige Rita, vorbildliche Frau und Mutter Heilige Rita, vorbildliche Frau und Mutter Heilige Rita, vorbildliche Liebe zu Gott Bitte für uns Heilige Rita, beschenkt mit unerschütterlicher Geduld Heilige Rita, vorbildliche Frau und Mutter 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 Bitte für uns Heilige Rita, erwählt für jede Tugend Bitte für uns Heilige Rita, Verehrerin des Kreuzes Bitte für uns Bitte für uns Heilige Rita, durchbohrt von einem Dorn Jesu Bitte für uns Heilige Rita, mit der Herrlichkeit des Himmels geschmückt Bitte für uns Bitte für uns Heilige Rita, der Stolz des Augustiner Ordnungs Bitte für uns Heilige Rita, voll einzigartiger Gnade Bitte für uns Heilige Rita, wohltätiger Stern in der Finsternis Bitte für uns Heilige Rita, Retterin der Hoffnungslosen Bitte für uns Heilige Rita, Rettungsleine im Schiffbruch der Welt Bitte für uns Heilige Rita, du Schutzpatronin der Kranken Bitte für uns Heilige Rita, entkommen der Gefahr der Verzweiten Bitte für uns Heilige Rita, Anwältin der Hoffnungslosenfälle Bitte für uns Heilige Rita, storke Helferin aller Suchenden Bede für uns. Lamm Gott, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Verschone uns, oh Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erhöre uns, oh Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt. Erbarme dich, unser. Lasset uns beten, oh Gott, in deiner unendlichen Barmherzigkeit. Schaust du liebevoll auf deine treue Dienerin, Rita. Gewähre uns, auf ihre Fürsprache unser Schicksal zu meistern und dir auf ewig treu zu bleiben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen. Unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Begrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und benedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und allerzeit und in Ewigkeit. Amen. Guter Gott, der du die heilige Rita oft erhört hast, sei uns gnädig. Wir bitten dich, gewähre uns durch ihre Fürbitte, was wir zu erlangen hoffen. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Gelobt sei Jesus Christus, in Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb, uns allen deinen Segen gib.